Leinwand-Göttin Merle Oberons exotische Schönheit verführte Hollywood. Verwarg jedoch ein Geheimnis, das sie befürchtete, ihre Zukunft zu regnieren. Schauspielerin Merle Oberon verbrachte ihr ganzes Leben damit, ihre biraziale Herkunft zu verbergen. Aus Angst, Diskriminierung würde ihre Filmkarriere beenden. Die atemberaubende Schönheit mit Alabasterfarbener Haut war zur Hälfte indisch, eine Herkunft, die sie um jeden Preis vor der Welt versteckte. Oberon wurde zu einer größten Filmstars ihrer Ära und war eine Oscar-nominierte Schauspielerin, aber dafür schrieb sie ihre Vergangenheit um und brach jeglichen Kontakt zu ihrer Familie, ihrer Identität und ihrer Vergangenheit ab. Ein unwahrscheinlicherer Anfang wäre kaum vorstellbar für das Mädchen, das eines Tages eine der meisten gefeierten Schönheiten der Welt sein würde. Ihre Mutter Constance war erst zwölf Jahre alt, ihr Vater unbekannt. Merle, geboren als Estelle Moll O'Brien Thompson, wurde von ihrer Großmutter Charlotte aufgezogen, die eine Eurasierin aus Salem und teilweise Maori war. Um einen Skandal zu vermeiden, behauptete Charlotte, Merle sei ihr eigenes Kind, die Schwester ihrer Mutter Constance. Um den Grund zu verstehen, warum Merle so hartnäckig an ihren Lügen über ihre Herkunft festhielt, ist es vielleicht notwendig, die Welt zu verstehen, in die sie 1910 hineingeboren wurde. Die britische indische Gesellschaft wurde vom englischen Klassensystem beherrscht, das gegenüber Menschen gemischter Rassen intolerant war. Wohlhabende indische Einheimische wurden in der britischen Gesellschaft akzeptiert, wenn sie gut genug geboren waren, wie im Falle indischer Royalty. Die biratialen Kinder von Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Rassen waren jedoch eine Beleidigung und eine Bedrohung. In Britisch-Indien übertrafen weiße Männer weiße Frauen bei Weiten und biratiale Kinder wurden als Verrat an der Moral betrachtet, als Vermischung britischen Bluts mit minderwertigen Rassen aufgrund unerlaubter Beziehungen oder noch schlimmer als Ergebnis von Liebesaffären. Dass einige britische Männer eine Frau einer anderen Rasse bevorzugten, war noch undenkbarer. Merles erster Kontakt mit der bitteren Mischung ihrer Herkunft kam früh in ihrem Leben. Im Jahr 1917 zog die Familie nach Calcutta und Merle wurde in die La Matinier Calcutta for Girls aufgenommen. Die La Matinier Calcutta for Girls war eine der angesehensten Privatschulen im Land und obwohl Merle eine helle Haut hatte, war ihre Herkunft bekannt und sie wurde von ihren Kollegen verspottet und gequält. Ihre bereits bemerkenswerte Porzellanschönheit trug nicht dazu bei, sie ihren weniger begünstigten, aber unendlich besser geborenen Kollegen oder deren Mütter näher zu bringen. Charlotte nahm Merle schließlich aus der Schule und sie beendete ihre Ausbildung zu Hause. Sie erlernte jedoch die perfekte Diktion und den eleganten, oberklassigen, englischen Akzent, die ihr in der Welt des britischen Theaters und Kinos viele Türen öffnen würden. Das Kino bot Merle eine kurze Flucht in eine elegantere und faszinierendere Welt. Im Dunkeln sitzend und die faszinierenden, flimmernden Bilder von Rudolf Valentino auf der Leinwand beobachtend, war es leicht zu glauben, dass alles möglich war. Alles. Die von den Sternen geblendete Merle trat der Calcutta Amateur Dramatic Society bei und betrat erstmals die Bühne. Im Jahre 1929 traf Merle auf einen ehemaligen Schauspieler und Oberst der britischen Armee, Ben Finney. Finney war verzaubert und es schien, als könnte die Romanze zu einem ernsthaften Engagement führen, bis er sie zu Hause besuchte. Dort traf er Constance, die er für Merles Schwester hielt. Beim Anblick von Constance dunkler Haut erkannte Finney, dass Merle gemischte Herkunft war und beendete die Beziehung sofort. Finney tat seiner ehemaligen Glieden jedoch an ihn gefallen. Er schrieb ihr einen Empfindungsbrief an Rex Ingram von den Victorine Studios. Charlotte und Merle reisten nach Frankreich, um ihn Grant zu treffen. Und auf dem Weg verschwand Estelle Moll O'Brien Thompson spurlos. Moll O'Brien geboren und aufgewachsen in passend exotischen Tasmanien von untadeliger Abstammung und atemberaubender Schönheit schiffte sich in England aus. Später sagte sie, ich wurde in Tasmanien geboren, verließ es jedoch, als ich ein Kind war. Einige Leute in seltsamen Teilen Australiens tauchten auf, und behaupteten, mit mir verwandt zu sein. Jahre später würde Merle angeblich verlorene Verwandte aus Australien abwehren, die sie mit Sicherheit nicht als ihre Familie kannte, indem sie vage auf eine geeignete dramatische Familienfäde anspielte. Sie sagte, ich wurde in Tasmanien geboren, verließ es jedoch, als ich ein Kind war. Einige Leute in seltsamen Teilen Australiens tauchten auf, und behaupteten, mit mir verwandt zu sein. Aber meine Familie hat sich vor einiger Zeit mit ihnen zerstritten. Merle bekam ihre Chance im Jahr 1933, als Regisseur Alexander Corder sie in der kleinen, aber denkwürdigen Rolle der verführerischen Anne Boleyn in das Privatleben Heinrichs VIII. besetzte. Von da an war ihr Aufstieg meteorisch. 1934 besetzte Corder sie erneut als seine Hauptdarstellerin, in das Privatleben Don Quans, an der Seite des Leinwandlikons Douglas Fairbanks, und heiratete sie. 1935 erhielt sie eine Auskernominierung für Der Dunkle Engel. 1939 gewann sie die prägende Rolle ihrer Karriere als gequete Caffey in stürmische Höhen, an der Seite des bereits legendären Shakespeare-Schauspielers Laurence Olivier. Aber anstatt sie zu beruhigen, verstärkte ihr Erfolg nur Merles Angst vor Entdeckung. Vielleicht stellte sie sich an den Chor des Ekelns vor oder auf den Gesichtern ihrer Liebhaber die gleiche Ablehnung, die Finne ihr nach der Entdeckung ihrer Herkunft entgegengebracht hatte. Obwohl Charlotte bis zu ihrem Tod 1937 ständige Begleiterin gewesen war, brach Merle den Kontakt zu ihrer Familie ab. Merle sah ihre leibliche Mutter Constance nie wieder. Jahre später suchte eine ihrer Halbbrüder, Henry Salby, der nach Kanada gezogen war, sie in Los Angeles auf und versuchte eine Verbindung herzustellen. Aber Merle lehnte ihn unmissverständlich ab. Estelle Merle O'Brien Thompson war tot und niemand sollte sie wieder zum Leben erwecken dürfen. Bis zum Ende ihres Lebens versteckte und leugnete sie ihre wahre Identität als Merle Auburn. Nun ist es wieder an der Zeit, ihre Meinung zu hören. Was halten sie davon, dass Merle Auburn ein Geheimnis verbirgt, das sie fürchtet, ihre Zukunft zu ruinieren? Lassen sie uns in den Kommentaren wissen, was sie denken und lassen sie uns darüber sprechen. Wenn ihnen das Video gefallen hat, zögern sie bitte nicht, es einem Like zu geben und es zu teilen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Videos. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020